Erster gegen Dritter. Ganz klare Spitzenspiel, was wir, denke ich mal, souverän für uns entschieden haben. Ein Kampfspiel, beide hatten gute Möglichkeiten. Vorne, hinten haben wir, denke ich mal, alles ganz gut gemacht. Ich denke, dass wir durch die ganze Situation Saison verdient gewonnen haben heute. Wir haben nächste Woche natürlich das Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Und da versuchen wir natürlich auch wieder alles zu geben, zu gewinnen und am Ende dann halt die Meisterschaft zu holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.